Hey Leute, was geht? Ich war willkommen zu einer Folge LackenBlog mit Los mit IHOPOPZUBO und ONDE! Hey, ich rush jetzt richtig, Alfa, du wirst sehen, was du davon hast! Was geht mit ONDE? Was geht? Deine Siegestrelle geht schon viel zu lange, Alfa, die muss beendet werden! Warte mal, ich werde dich jetzt sofort besiegen, aber was geht? Leute, ihr habt kommentiert, wir sollen mir was geht sagen, deswegen hätte ich gesagt, was geht? Was geht, Alfa? Was geht, Alfa, deine Siegestrelle geht? Träum dich! Natürlich, ich träum dich, Alfa, ich mach dich platt! Ja, werde ich gleich sehen! Denkst du höher, Alfa, bringt irgendwas? Ja, und zwar habe ich einen Stick, Alfa, den ziehe ich dir über gleich, komm her! Es ist aber nicht genug Blöcke dabei, um zurückzukommen! Äh, ich weiß es nicht, Alfa! Ich schon, Alfa, ja! Sicher? Ganz sicher, dann spring doch! Ja, habe ich! Let's go, Alfa, komm! Das wird konsequent, ein harmen Ende! Was denn, Alfa? Das wird eine Konsequenz haben, Ende! Sicher? Konsequenzen? Heute? Was geht, Alfa? Kommt doch her! Heute werde ich es wirklich beenden! Mach doch, komm her, trau dich! Ich bin gleich da, und, äh, los, trau dich! Was geht denn von dir, Alfa? Ernsthaft? Fahre einfach in der Mitte ab, geh einfach vorab, lass mich einfach leben, Bro! Hast du genug gefahmt, oder was? Ja, so ein bisschen, aber so viel habe ich gar nicht! Na, sehr schön, Entier! Ja, dann, ähm, gib mir auf jeden Fall dein Alze, Bro! Du weißt genau, was du vorst, Alfa! Du willst mich ausrauben, hier! Höre ich auch! Du wirst mitten aus meiner Beine! Ja, ha, 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 ha! Weißt du, wie gemeint das ist? Wow, schnell weg hier! Ich krieg das erste Mal Everance am Anfang, Alfa, und du klaust mir gleich wieder alles! Sehr gut, Leute, los, 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 Alter, komm! Mach dich so dreckig, Alfa! Alter, komm, wir gehen! Ich bin Wolke, ja, komm schon! Nein, Alfa, komm zurück sofort, das ist sowas von böse! Gib mir meine Emerance zurück, und meine lucky Blöcke! Ich geb dir gar nix, Mann, ich hab ein Glanschwert! Komm her! Komm her, Alfa! Warte, lass das! Alfa, ja! Warte, ich geb mir die Emerance zurück, Alfa! Ich hab OP-Items, danke, Bro! Hallo, von dir! Gar nicht verdient, komplett unverdient! Blöcke brauche ich auch nicht, obwohl, ich muss hier paar abbauen, die sind hier im Weg, damit du nicht mehr rüberkommst! Ich gönne dir gar nix, Alfa! Haha, ich will gleich weiterfahren! Und du wirst hier niemals rüberkommen, Ente, versuch's gar nicht, zack! Hä? Bro, ich seh nix, weil ich hab Spook-Boobs, ey, von dir, Mann! Hör auf, dich rüberzubauen, Ente, lass das! Gönn mir auch, Emerance, Alfa! Hey, lass sie dich nehmen! Weg mit dir, zack, zack, zack! Oh, ich hätte runterfliegen können, Leute, das war gefährlich, sag ich ehrlich! Aber, Leute, wir merken es einfach bald aus, und generell die Videos kommen immer besser bei euch an, es kommen immer mehr Leute dazu, Leute, danke! Danke, dass ihr uns zuschaut! Wir geben uns richtig viel Mühe, Leute, wir versuchen immer richtig krasse Ideen zu machen! Ich versuche immer richtig krass, Ente zu besiegen! Hör auf! Oh, dass wir die Zuschauer sehen, Alfa, deine Niederlage heute! Welche Niederlage? Flieg, du Vogel, ey! Flieg hoch, bitte, bitte, flieg den Vogel, ey! Oh, das war ganz richtig gefährlich! Ich dachte, ich geh drauf, Leute, sag ich euch ehrlich! Aber es freut uns auf jeden Fall sehr! Danke! Danke, dass auch wieder viele Leute abonnieren, das sehe ich gerade auch! Danke für den Support! Die wollen mich nur leidens sehen, Marder! Ist so, sehr gut, Leute! Macht weiter so! Oh, ähm... Warte, ich glaube, das machen wir später! Ich muss erst mal noch Lucky Blöcke aufmachen, weil Ente wird gleich gefährlich! Ich brauche erst mal ein paar... Oh, ich habe einen Jackpank! Sehr nice! Mit dem kann ich erst mal fliegen! So, jetzt kann ich sicher fliegen! Und fein! Das ist ungerecht, Alfa! Ja, nichts, Ente, nichts ist ungefähr... Unfair... Ungefähr, hä? Oh, Leute, guckt mal das hier! Aua! Das macht richtig viel Schaden, man muss komplett aufpassen! Ich brauche auf jeden Fall noch Bedrockblöcke, Leute, damit das Bett 100% sicher ist! Hier kann man... Äh, Tee! Ey, was machst du hier? Ich zersiege dich mit meiner Kettensäge! Komm her, Alter! Mich mal weiter bauen, Alter, bitte! Besiege dich! Komm her, komm runter, Alfa! Du kannst nicht ewig in der Luft bleiben! Hörte, lass mein Bett in Ruhe! Komm her, Alter! Ich habe meine Kettensäge, die ist hungrig nach dir! Ich bin hungrig nach dir! Ich habe ein Schwert, Alter! Hey! Versuch's nicht! Komm her, ich zersiegel dich! Hörte! Wieso bist du so... Alfa! Ah, Mann! Wieso ist mein... Alter, wie kann das sein? Wie kann das sein, bitteschön! Mein Schwert ist so OP! Das kann echt nicht wahr sein! So, Jetpack hat auch noch ein bisschen Leben! Deine Eintens brauche ich auf jeden Fall! So, danke, Alter, dass du die mir alle mitgebracht hast! Auf Ehre! Sehr gut! Was für Ehre, Mann! Das war keine Ehre, Alfa! Ich könnte dir das gar nicht! So, jetzt kann ich noch doppelt fliegen! Hier rüber! Oh, Leute! Ich bin komplett OP, Alter! Du kriegst mich gar nicht mehr! Ich werde dich noch bekommen! Du wirst sowas von sehen, Alfa! Leute, und viele von euch haben sich auch die alten Lucky Blöcke wie Shade wieder reingewünscht! Wir versuchen, die doch irgendwie reinzukriegen, Leute! Wir müssen das irgendwie updaten! Das muss irgendwie klappen! Nur wir spielen eine andere Version, deswegen funktioniert das nicht so einfach! Aber wir versuchen, eine Lösung zu finden, Leute! Das muss irgendwie klappen! Und ich hab schon ein Stack Embrace! Echt? Schön für dich, Alfa! Die in Ruhe ich mir gleich! Oh, ich hab keine Blöcke! Ende! Bro! Ich hab dich... Ey, ich hab dich gerade in Komas gefangen! So, schnell wie alles klar angeht, Leute! Nicht, dass du uns hier noch gleich fertig machst! So, noch ein paar Waffen vielleicht! Wir haben gar nicht so viele! Was packe ich noch weg? Ey, Ante, Leute! Kompat-Dinger bringen überhaupt nichts... Warte! Nichts, Alfa! Warte! Warte! Ante, bitte! Bitte, ich war nett zu dir, bitte, meine Familie! Warte! Warte, ich war nett zu dir, Alfa! Du machst gar nicht nett, meine Familie! Ante! Bitte, Ante, komm schon! Was willst du tun, Alfa? Ich hol dir nichts, ich bin zu sagen! Ich mach dich platt, weil ich sag's dir! Hör auf damit! Bitte, bitte, bitte! Ich hab ohne einen P-Waffe, Ante! Los, komm her! Was hast du, Alfa? Ne, Segel! Nein, das war auch so knapp! Ante, bitte! Du kriegst nix mehr! Ich war die ganze Zeit nett zu dir, bitte! Komm schon! Oh, was hast du da für ein Schwert? Schöne Schwerte, Ante! Ein krasses Schwert, Alfa! Das hat reichs Weizen! Ich besiege dich damit! Dann gib's mal her! Nein, ich bin dir gar nix! Ante, du kannst nicht mehr viel Leben haben! Ich hab dich gleich... Ey! Ich hab dich besiegt, Alfa! Mit Taktik! Ich hab dich gleich auch! Nein, du kommst doch eh nicht zu mir! Ey, lass es! Ja, danke, dass du mir wenigstens die anderen Schuss gelassen hast! Oh, nein, den ich abbauen sollte! Nein, das brauchst du gar nix mehr! Egal, Leute, kein Thema! Wir können sofort wieder Lucky Black holen! Oder ich muss eigentlich schon mal zur Sicherheit das hier machen! So! Schon mal gekauft! Alles gut! Ich hab hier noch ein paar Stink! Ich krieg dich noch ein! So, warte! Wissen, Alfa! Ich krieg dich heute! Oh, wenn du willst, was ich gerade für Items krieg! Was geht hier? Warte, wir müssen die schnell aufmachen! Und zwar so! Zack, zack, zack! Und jetzt... Oh, nein! Sogar hier haben wir eins von! Sehr gut! Das müssen wir sofort irgendwo richtig krass verstecken, Leute! Das ist sehr wichtig! Weil das kriegt man nicht oft, Leute! So, zack! Jetzt sind wir 100% sicher! Du hast gar keine Chance mehr! Oder? Du hast keine Chance, Alfa! Darf die bei meinem Maul noch nicht so aufmachen, Leute! Sonst kommt die gleich mit OP-Waffen! So schock bin ich auch noch nicht! So, weiter geht's! Pasche, komm hier noch! Jetzt gebrochen irgendwas Gutes! Auch noch mehr fein! Die platzieren wir am besten hier irgendwo hin! Zack, zack! Oh, die sieht man gar nicht! Das ist viel zu nice! So, wir sind noch nicht fertig, Leute! Oh, nein! Die Krone! Und wieder! Oha! Dann ziehen wir woanders hin! Vielleicht hier in die Ecke! So, zack! Wir können das gar nicht mehr verlieren, Alfa! Was machst du da, Bro? Ich besiege, Alfa! Mit was, Alfa? Du kannst dich nicht besiegen! Aber, Alfa! Wieso kriegst du keinen Schaden, Alfa? Das ist unfair! Ich krieg Schaden, aber nicht so viel! Guck mal, was ich kann, Ente! Das zeige ich dir auch jetzt! Hey! Lass mir doch Zeit, Mann! Bitte! Was hast du denn tun? Oha! Was hast du für nice Items? Ente, gib die wieder! Ich habe gerade alle gefarmt! Lass es! Bitte, Ente! Komm schon, Ente, sein Bro! Oha, du brauchst die Blöcke runterwerfen! Mit dein Diamantier! Hey! Und wer? Steh, bleib! Meine Items wieder! Du bist zurück! Und Elytra! Ente, du kannst nicht lange fliegen! Nein! Ich fliege runter, damit ich ganz weit bin! Sehr gut! Nein! Sehr nice! Sehr gut, Leute! Wir haben ihn gleich! Komm, Mann! Was war's mit dir? Ich kann auch nicht mehr fliegen! Nein! Mein Schadenfuck ist leer, oder? Und tschüss, Alfa! Viel Spaß auf Boden! Ach, Mann! Es ist leer gegangen! Das darf doch nicht wahr sein! Au, die fallen hier! Ich muss jedes Mal aufpassen! Oh, warte! Wir haben ja auf jeden Fall noch hiervon was übrig! Ich habe noch ein paar Emuels und Energies! Was? Du hast immer noch welche? Ja, du hast ja natürlich nicht abgebaut! Dein Problem! Mann, ein bisschen vergesse ich das, Silber! Weiß ich nicht! Vielleicht nicht mein Problem! So, und was kriegen wir hier schnell? Bevor ein bisschen wiederkommt! Wir müssen ein bisschen schneller machen, Leute! Sag ich jetzt wirklich! Wir können uns hier mit drüber schwingen! Okay, nice! Aber das bringt uns doch nichts! Wir brauchen noch stärkere Sachen! Irgendwie die Enderhand oder so, damit wir uns teleportieren können! Schuhe! Aber Leute, ich merke schon auf jeden Fall, es wird Zeit, den Lucky Block zu updaten! Wir brauchen noch krassere Items! Und ich habe schon eine Idee, was man hier reinpacken kann! Das kann ich euch jetzt noch nicht zeigen! Weil erst mal muss ich hier rüberkommen! Ente! Ich höre dich! Nein! Ich bin der Falle getreten! Sehr gut! Ich war unsichtbar! Ernsthaft? Was soll das? Warum platzierst du Fallen dahinter? Genau deswegen, Ente! Du hast dich echt nicht bewegt! Du hättest mal ein Wetter bauen können, Ente! Mann! Ja, ich war ja kurz davor ab und dann bin ich der Falle getreten, Mann! Oh, schade! Jetzt bin ich unsichtbar, Ente! Hey, wieso kannst du mich sehen? Ich bin doch unsichtbar! Du bist leicht sichtbar! Warte! Hörte, bringt mir nichts, hast du mich sehen! Ich hole dich trotzdem! Dich, hörte! Hörte, hau jetzt mit an! Du hast auffallen! Hey! Du bist reingedreht! Komm, geh, hopps, Alfa! Bitte! Hör dich nicht! Ich hole jetzt ein Wetter, Ente! Das war's mit dir! Nein, holst du dich, Alfa! Hey, du hast eingebaut! Hey! Ein Herz hat dich noch! Ganz knappes Ding! Wieso hast du ein Wetter eingebaut? Das geht nicht! Ja, aber ich genau wusste, dass du jemanden versuchst, mich hier zu besiegen! Ich glaube, ich habe immer noch Palme Rates! Was bist du für ihn, Bro? Das sind meine Lucky... Meine... Aua! Oh, ich habe noch eine Emeralds! Nice! Das ist sehr nett von dir, dass du meine Energies hier abgebaut hast! Danke, Bro! Du bist echt der Beste! Deine Energies würden auch gleich dran klauen müssen! Denkt gerade! Das freut mich nicht zu früh, ma! Niemals! Das wirst du nicht mehr schaffen! Du kommst hier nicht mehr rüber! Ich habe nämlich... Das wirst du nicht schaffen! Ein Tribo! Guck mal, ich schieße drei Pfeile! Beruhig dich mal! Du wirst gleich runterfliegen, Ente! Ey! Was machst du hier rüber? Weg damit! Sieh das einfach! Oh nein, jetzt... Wenn du deine Pfeile schießt, dann brennen die! Oh, sehr gut! Danke für die Feuerpfeile! Let's go, Leute! Jetzt machen wir Feuerpfeile auf, Ente! Ey! Hey! Ich spog einfach zu! Nein! Oh, oh, oh! Ich bin ja bitte geflogen! Sehr gut! Ähm... Mir geht es auch noch gut, Ente! Wirklich! Also, ich bin nicht drauf gegangen! Ey, Leute! Ich muss ganz schnell machen! Bevor du hier rüberkommst! Komm schon, komm schon, komm schon! Hätte ich noch ein Jetpack, nice! Wo sind meine Items? Ich brauche die wieder! Hier! Wir haben doch längst nicht alle aufgemacht! Oh, wir machen schnell das hier, Leute! Let's go! Komm schon! Und zack! Let's go! Ich habe ihn ausgebaut! Was? Oha! Ey, das ist ein Hähnchenstall! Das ist ein Chicken-Fam! Oh, jetzt kann ich direkt zur Mitte rüberlaufen! Jetzt brauche ich gar keinen Weg mehr hier! Guck mal! Oh, was ich habe einfach! Das bringt dir gar nichts! Ich kriege richtig viele Laserhafen gerade! Guck mal! Ey! Das ist einfach! Ich habe auch einen Chicken! Wow! Oha! Beruhig dich her! Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne! Chill! Sehr gut, Ante! Ich mache mich jetzt Platz! Ich habe keine Pfeile mehr! Sehr gut! Oh! Mach dich Platz! Hä? Wieso bist du schon hier? Halt ab schon! Oha! Wieso kannst du fliegen? Was? Hör weg, Ante! Ich weiß! Hör weg! Nein! Ich bin mit in den Chicken-Stall gefangen! Ja! Mit den Chicken-Stall, da bist du richtig, Ante! Warte auch! Einfach guck dir nicht her! Kurz! Zack, zack, zack! Hey! Besieg dich nicht! Das ist deine Kollegin! Du kannst hier noch nicht platt machen, Ante! Das geht nicht! Ich bin hier festgesessen! Nein, bitte! Mach wieder zu, Alpha! Wörst du auch mit deinen Kollegen? Nein! Ich will hier raus, bitte! Du wirst halt auch gegrillt, Ante! Wirklich, Ante! Komm, mein Dix! Ich muss hier raus! Schnell, schnell, schnell! Hör den ein! Bitte nicht! Nicht rausgehen! Ich will das nicht! Wie viel Leben hast du denn? Ich kann dich nicht platt machen! Ich muss schwäckere Waffe! Bitte, Alpha! Jetzt bin ich raus! Auf dem Bett! Let's go! Yeah! Sehr gut! Jetzt gehe ich dein Bett holen, Mann! Du bist mir zu aggressiv, Leute! Bitte, bitte, Alpha! Du darfst mein Bett nicht holen! Ernsthaft! Das ist gemein! Habe ich deine Energies abgebaut? Nee, noch nicht, oder? Das heißt, du hast noch Items! Alter, hör auf! Ja, Alpha! Ich habe noch Items! Komm doch einfach her! Komm jetzt! Ich hole mir alle Items! Ich werde deine Energies zerstören! Und dich auch! Ach doch! Ach doch! Komm doch! Bin jetzt da! Das war's mit dir! Oh, Bettrapplöcke! Ich muss kurz mein Bett zubauen, das ist wichtig, gell? Weil man kann immer fällen, Leute! Ich darf gar kein Risiko eingehen! Du fällst immer einfach! Du bist ein Loser! Hey, was sagst du mir? Loser! Komm doch! Wörter! Komm doch, du Schwächling! Was erzählst du da hier? Was stellst du dir für Behauptungen auf? Dass du ein Loser bist, ja! Leute, wir werden es ihm jetzt beweisen! Ich hole mir dein Bett! Oh, ich kann nicht mehr fliegen! Obwohl, kann ich doch! Und zwar hier, Mensch! Moment, ey! Ich mache nicht jetzt Platz! Nein! Komm schon, flieg wieder hoch! Ich krieg das hin, Leute! Ich krieg das hin, Vertrauten! Was hab ich gesagt, Alfa? Dass du runterfliegen wirst! Guck mal! Tschüss, Leute! Hey! Was? Nein, ich bin selber hops gegangen gerade! Wie mein Fall! Oh, 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 oh! Jetzt ist es gefährlich! Ender-Chess habe ich immer noch! Sehr gut, Leute! Ich glaube, es wird ernst! Die Lucky-Blöcke helfen nicht genug! Hey! Was denn? Ich habe zu viele Fallen platziert! Ich gehe... Aua! Ich bin die ganze Zeit selber drauf! Das ist gar nicht gut! Leute, wir müssen jetzt richtig machen! Ey, wie komme ich da durch? Du hast ja alles voll gemacht! Ich brauche ein Schwert! Von liegt ein Schwert? Let's go, Leute! Wir müssen hier durch! Wir brauchen ganz schnell Holz! Hör dich! Ich habe dein Bogen gehört! Hör auf! Was? Das ist mein Bogen gehört, Alfa! Gleich musst du auch mein Schwert spüren! Das muss ich nicht! Bitte! Heute nicht mehr, Alfa! Es reicht! Ich sehe dich! Hör dich! Ich bin ausgebucht! Ich kann nicht mehr! Was für ein ausgebucht, Alfa? Ähm... Keine Ahnung! Leute, let's go! Komm schon, wir gehen gleich! So, erstmal hier fallen! Anders kriegen wir es nicht gerade hin! Zack, 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 zack! Oh, Leute! Das funktioniert sehr gut! Und... Wie ging das? Nein! Das hatten wir schon mal! Jetzt hier kurz nochmal kurz nachforschen! Andy, wie geht's dir, Bro? Was machst du eigentlich gerade? Du hast mich viel zu stark werden lassen, Alfa! Das ist dein Untergang! Ich brauche Diamanten! Woher? Oh, oh! Wie geht das? Hör dich, komm! Hey, wieso geht's nicht? Du musst gehen! Komm, Hör dich! Ich trau mich! Mach doch! Ich denke, ich habe Angst vor dir! Ja, schon! Oh, Leute! Oh, das geht auch! Ganz schnell! So! Let's go! Zack, 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 zack! Angriff! Hör, versuch's doch, Ente! Das bringt mir überhaupt nix! Feuerbomb! Angriff! Das bringt nix, Ente! Das war's mit dir! Oh, du musst mich klein, Mann! Komm her! Zack, 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 zack! Aus dem Lucky Block, Ente! Komm runter, jetzt! Nein, ich komm nicht runter! Ich werde dich versiegen! Ich werde dreifachbogen! Oder soll ich hochkommen, Ente? Äh, nein, Bro, da unten bist du sehr gut aufgehoben, sag ich dir! Dann komm ich hoch, Ente! Komm! Nein, bitte komm nicht runter! Geh keinen Schritt weiter, Alfa! Du hast einen Lockback-Stick! Weg damit! Hä? Mit was? Äh, ich will nicht fliegen! Doch, du wirst fliegen, Alfa! Bitte nicht! Verschwinde! Ey, komm jetzt runter, sofort! Ich komm nicht runter, ich hab Angst vor dir! Hör, Ente, ich bin nicht so stark, wirklich! Nur ein bisschen! Nur ein bisschen! Ja! Oh, Kurt, ich kann jetzt auch zu dir kommen, kein Thema! Wo bist du? Ah! Du bist in der Zeit! Verstehen, Ente! Ich bin weg! Ich muss zurück! Schnell! Hör, Ente, das war's mit dir! Ich sag dir ehrlich! Komm her! Oh, komm, let's go! Wow! Oh, hi! Wie hast du mir so viel Schaden gemacht? PT-Rüstung, Alfa! Ist ja voll OP! Warte, ich hab ein Schutzschild! Und? Wo ist das? Ich explodiere ruhig, kein Problem! Hör, es hole ich dich! Wie oft kannst du das drücken? Ich dachte, ich wäre unbesiegbar! Ich kann das Spam, Alfa! Die Rüstung ist wohl stärker als Backtrade! Hey, das wusste ich nicht! Die ist ja viel zu OP, die Rüstung! Die ist overpowered! Hör, Ente, das wäre niemals gut, wenn du die aufheben würdest! Hör, Ente, bitte! Hey! Nicht hochgehen! Oh, zack! Ja, das schild hilft! Oh, oh! Komm schon, Ente, bitte! Das muss nicht sein! Hör, Ente! Wie oft kannst du noch sprengen? Das muss doch irgendein Limit haben, oder? Aufheben, Alfa! Oh, Leute, ich bin gefangen! Ich sag euch ehrlich! Komm schon! Nein, 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 nein! Du hast keine Chance gegen mich! Ich muss irgendwie abhauen, Ente, bitte! Nein, Leute, ich bin hier gefangen! Hör, Ente, komm schon! Sei jemand nett! Hab Gnade! Oha! Spick, Ente, woher? Ente! Woher? Aus Lucky Block! Spick, du mein Glück, Alfa! Aus Lucky Block, Ente, wirklich! Wie warst du so viel gefahren? Oha, gib her! Können wir! Ente! Oh, nein! Komm her! Was hat meine Rüstung? Keine Wirkung! Ich weiß! Oh, sehr gut! Dann kann ich hier schnell rausbauen! Du kommst hier nicht raus, Alfa! Ente, Ente! Nein! Oh, oh! Komm schon, Leute, wir dürfen nicht aufgeben! Wir dürfen nicht aufgeben! Wir haben ein Problem! Schnell! Ente, Bro, was machst du so? Wie geht's um mein bester Kumpel? Du hast doch gesagt, ich soll dich nicht unten nennen! Deswegen nenne ich dich jetzt einmal, Ente, weil du mein bester Freund bist, Ente! Du hast dir was vor, Alfa! Oha, wie viel zu betracht hatest du denn in deinem Inventar! Du hast einen Lucky Block rausbekommen! Ich habe richtig viel aufgemacht heute! Ja, also, wie geht's dir sonst um mein bester Kumpel? Was hast du heute gegessen? Was hast du heute gefrühstückt? Du legst gerade ab! Irgendwas hast du gerade im Schild, Alfa! Nein, ich habe nichts vor, Ente! Du bist mein bester Freund! Was hast du vor, Bro? Ich will einfach wissen, wie es dir geht, weißt du? Sicher nicht, glaube ich dir nicht! Oh, Ente, wir sind so gute Freunde, wir machen schon so lange Videos! Ich fliege jetzt gerade über deine Base und ich sehe dich, denn du hast TC-Rüstung! Ja, Ente, ich habe die ja jetzt auch! Echt? Ja, habe ich! Und ich habe noch ein paar Raketen für dich! Oh, du hast hier eine Raketenwerfer, beruhig dich! Und den werde ich gleich benutzen gegen dich! Ah! Ente, versuch es gerne! Ich bin richtig stark jetzt! Ich habe richtig OP-Items! Au! Hey! Aua! Ich blitz dich! Oh, zack! Äh, ich war nicht rum, Ente, zum Glück! Oh, ich habe es gewehrt! Du bist so, zeig dich los! Leute, darf ich jetzt auf gar keinen Fall mehr besiegen, Alte! Wann weg, bitte! Oha, bitte, Alfa! Komm schon! Yeah! Jetzt ist es aber vorbei für dich! Meine geilsten Items! Jetzt ist es aber vorbei! So, kann ich fliegen, Leute? Ähm, hiermit kann ich fliegen! So, und jetzt schnell rüber hier! Was geht, Bro? Schönes Schild, ja! Was geht, Alfa? Was hast du vor? Gib mir das Schild, was du willst! Oh, ich kann eher drücken! Komm her! Sag! Was? Was? Das besiegt dich sofort! Das ist komplett overpowered! Wie hast du mich so geklatscht, Alfa? Nein! Das ist komplett zugebracht! Ähm, Ente, du hast hinten einen Block vergessen! Äh, Bro, das war geplant, alles! Ich bin Ingenieur, ich bin schlau, du weißt! Weißt du, wo dein Bett abgebaut hat? Guck mal! Äh, niemand, mein Bett ist doch da, weil, äh, ja! Ja, das Bett ist ab! Hey! Gib mein Bett zurück! Ente, das war es jetzt mit dir, Offizier! Hey! Hör auf! Nein, 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 nein! Ich muss ganz schnell auswandern, Bro! Ich bin aber weg! Ah, mein Mann hat den Fall getreten! Hehe, sehr gut! Du kommst nicht mehr weg, Ente, das ist vorbei! Ich bin schneller als du! Oha, wie schnell bist du? Durch was? Hahaha! Das war's, Ente! Gib auf! Niemals gebe ich auf! Hey! Warum fliege ich runter? Bitte, flieg hoch! Nein, 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 nein! Bitte, bitte, bitte! Komm schon! Ich hab schon immer gesagt, dass du schlecht bist! Alter, was hast du noch erzählt? Ich bin nicht schlecht, Mann! Ich bin fast wieder oben! Komm schon! Leute, was ist denn? Was ist das nicht ganz, Alfa? Bitte, Leute, warum geht's nicht? So, und? Ja, Alter, wie du baust mein Bett ab? Wie? Hab Gnade! Du wirst sehen, dein Bett ist gleich ab! Oh, ich hab wohl viel Leben verloren! Leute, let's go! Lass mein Bett in Ruhe, Ente! Ich krieg dich! Hör nicht zu meinem Bett gehen! Lass das! Hä? Du wichst habe ich, Alfa? Ente? Ich krieg dich noch! Ich hab keine Lackenblecke mehr! Doch, ich hab noch welche! Vielleicht krieg ich hier noch irgendwas raus! Irgendwas Gutes! Wenn du und dein Bett isst ab, trotz Fallen, die bringen dir gar nichts gegen mich! Er hat mein Bett abgebaut, Leute, das geht überhaupt nicht! Wir dürfen nicht mehr runterfallen, aber es wird nicht passieren! Hoffentlich! Oh, oh, Leute! Oh nein, oh nein! Komm schon! Ich muss schnell überleben, Leute! Ich muss schnell überleben! Komm schon, wir schaffen es! Ich hoffe... Ja, wir sind da! Let's go! Nein! So, Leute, jetzt sind wir aber sicher! Wo bist du, Ente? Wo ich bin, Alfa? Ja, genau! Irgendwo! Jetzt komm ich hier sicher hoch! Ich hab's auch noch überlebt! Zeig dich jetzt, du Fugel! Kann ich dir jetzt zeigen, Alfa? Ja! Oh, ich seh nicht! Bleib da drin! Oh! Oha! Haha! Du hast den OP-Laser! Ich hab noch mehr Sachen, Ente! Die Biogen! Bleib da drin! Du kommst doch nicht mehr raus! Ich werd nicht besichten! Du willst mich besiegen, oder was? Dann versuchst du! Genau! So, okay! Ja! Ihrs Geschäft! Ente, guck mal meinen Shop, bitte! Guck mal, was der da rechts verkauft! Ey, was da kauft der? Leute! Vergesst nicht zu abonnieren! 3, 6, 3, Blöcke! So viel, Alfa! Gar nichts, Leute! Ähm... Leute, vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, falls du keine weiteren Videos hier von meinem Kanal verpassen willst! Und ihr Leute auch! Lasst, like, wenn euch das Video gefallen hat, ist schon im Ende vorbei! Und ich sage Tschö! Tschö! Soll's Tracy! Ohhhh!!!